Und, alles fett, he? Ja, bei dir. Immer doch, immer doch. Nimm dir einen Platz. Kriegst du ein Stück Kuchen hier. Freunde! Markus aus, wo? Schwetzingen. Schwetzingen hat den Weg hier zu uns gepackt. Woher wusstest du die Adresse? Ihr habt ein Video gepostet, wo ihr mal hier hingezogen seid. Ja. Und da hab ich... Ja, ja, ja. Ich sag nichts mehr. Und dann hast du gesehen, ja? Ich hab' ich gesehen. Maschine, wie lange hast du gebraucht bisher her? Geht, ne? Geht von Schwetzingen herunter. Gute Anbindung, ne? Ja. Muss man sagen. Was treibt dich an einem Sonntag her? Stück Kuchen und Diesi, oder was? Ja, Mann. Ihr seid korrekte Jungs. Stück Kuchen. Der schöne kalte Afrikode auf den Nacken. Gute Jungs, gell. Gute, ne? Gönn dir. Du erster Abonnent hat's gepackt heut. Was sagst du so? Erster Eindruck hier, he? Kann man's aushalten, oder? Ja, ist ganz okay. Ist ganz okay? Ist ganz okay. Wie dann guckst du uns schon? Ein Jahr schon? Ein Jahr schon. Ein Jahr schon. Was arbeitest du? Maschinenanlagenführer. Oh. Selbst FIFA-Zocker, oder eher? Ja, doch. Aber jetzt nicht so wie jeder war doch schon ab und zu. Maschine, Maschine, würde ich sagen. Direkt Draft Battle, ne? Oh shit. Schnick, schnack, schnuck, Timo, ne? Um der Handschlag. Brauchst du Shisha? Ja. Auch ganz stark. Wir bauen erst mal so'n Draft, Freunde. Oder machen wir gleich Battle? Wir machen gleich Battle. Ich mach nur noch schnell Kohle an. Okay, nur noch schnell Kohle an. Der Arme wird voll überfallen. Na ja, ich mein, Freunde, ganz ehrlich. Es ist nicht so einfach, sich einfach hier hinzuhocken, ne? Geht einem schon ein bisschen gestift, ne? Ja, ist ja normal. So, Freunde, beginnen wir gleich mal hier. Oh, die Lieblingsaufstellung ist da! Maschine! Hier, ne? Also hier seht ihr das Ammo, so ist unser Blickwinkel, ne? Hier vorne haben wir dann immer VGO-Off, ne? Ich nehm einfach mal Grießmann mit, Freunde. Ne, wenn VGO-Spende reinkommen. Hier links sind unsere Spende, die auch reintrudeln. Hier oben seht ihr Ammo bei YouTube, ne? Unsere Studio-App. Hier ist OBS, also drüber, wo wir streamen. Da kann ich alles genau sehen, ob alles läuft. Das ist auch für dich. Werden immer alle schreiben hier off und versuchen zu branken. Hier gibt's der Ampel. Ne? Grün. Da kann uns keiner verarschen. Hier ist Spotify. Links ist der Chat. Wow! So sieht der Lachs aus. Fuck, Jungs! Gute Spieler, aber bis jetzt passt noch nix hier. Hinten... Wie war der Nummer? Markus. Markus, ein Abonnent. Wir haben ja gesagt, heute ist Tag der offenen Tür. Das offenen Tisis. Genau. Jeder, der unsere Adresse kennt, kann gern vorbeikommen, kann gern ein Stück Kuchen essen. Wenn er schon über 18 ist, kann er auch Shisha rauchen, ne? Oh, was ist denn das jetzt? Und so läuft der Lachs bei Tisis. So läuft der Lachs hier. Geht da auch was? Boah! Aber ich hab zu viel. Ist da gut der Kuchen? Gut, ne? Ja, Mann, das ist geil, Alter. Stabil, ne? Ja. Freunde, aber ich muss mich hier ein bisschen reinpushen, Alter. Muss mich ein bisschen reinpushen, du. Was ist das? Markus, der Ehrenmann. Ja, die Eier muss man erst mal haben, Digga. Ich hab doch gehört, da kommt einer und... Hast du was gesagt? Oder wie hast du das gesagt? Nein, Mann, das fand ich das Komische. Einer scheitert die ganze Zeit. Ey, das ist ein Abonnent. Ich hab runtergeguckt, ob das so einer verwirrt ohne rumlaufen ist. So suchend. Jungs, bei uns ist jeder willkommen, ihr wisst es. Markus heißt er. Markus, ist jetzt mal in den Kopf drin. Markus. Nimm Lewandowski, der passt. Ich nimm mal Aube mit, aber passt auch nicht mehr. Hält die Zeit, haut ein Fünfer raus. Dankeschön. Du Scheiße. Jungs, was ist das? Komm. Hast du einen Lieblingsgeschmack? Shisha? So, in welche Richtung geht's? Vielleicht haben wir was da? Wasser, Melone. Okay, haben wir einen netter? Die Metzen. So was Fruchtiges so. Ey. So was Fruchtiges kriegen wir hin. Das gibt einen Handschlag für mich. Ne, das ist nicht Markus Radler. Äh, ich denk. Oder bin schon Markus Radler. Wollt mehr spendet. Nee. Nee, ne? Ja. Hast du ein Problem, oder? Ja, absolut Mist, was hier grad passiert. Absolut Mist, was hier grad passiert. Tizi, ihr seid wirklich mit Abstand die korrektesten Tutes auf YouTube. Immer Hammer Aktion. Ihr seid halt noch Männer, die ihr Wort halten. Respekt. Jungs, so sind wir halt. So wie wir sind. Wir sagen es immer, wie wir vor der Kamera sind. So sind wir auch in real life. Könnt ihr jetzt bitte gehen, Markus? Lang wieder. Wäre ja alles cool. Wann bekomm ich mein Geld eigentlich? Auszahlung gibt es halt später. Freunde, guckt es euch an. Was soll ich da machen, ey? Absoluter Mist. Guck dir das an. Was ist denn das für ein Scheiß? Und wo arbeitest du? Knapp. 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 Ja, sag noch was. Knapp. Ja, gell? Wow, 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 wow. Mehr ist da nicht mal rauszuholen. Super. 180er. Ja, mehr geht dann. Das ist ja richtig traurig. Das ist ja richtig traurig. Ja, er kann eine kleine Boxautomatik. Man kann man das Draft Battle of entspannt, fertig und fertig. Dann kriegt er erst mal ein gutes Pfeifchen, wenn er jetzt schon die Reise hier auf sich genommen hat. Huuu. Huuu. Risiko, Alter. Ich muss dich knacken und ich will dich richtig... Gemütiger von Markus, ne? Ja. Jetzt will er es richtig zeigen, so weißt du. Aber manchmal verpastet er dann und verkackt komplett. Oh, bekommt er eigentlich gute Spieler, ne? Ja, aber ich glaube, ich war kackt. Ich habe ja noch Mist gekriegt. Inui musste mitten in der Flucht des Inuis. Fuck, ich war kackt, Bruder. Boah, ich habe noch keine Chemiepunkte, ob ich der... Ist gut, ist gut. Ohhhh. Ganz klar, einen Artur musst du mitnehmen. Musst du auch wirklich mitnehmen. Danke für den Tipp, Bruder. Ich helfe dir doch immer gern, weißt du auch. Ich bin hilfsbereit. Morgen ein neues Video, das haben wir uns schon angeguckt. Vote Markus for Draft. Ja, da kann auch einer bauen, auf jeden Fall. Er kriegt dann die dritte Runde, weil du steigst jetzt ein mit dem Handschlag. Lass ihn erst mal ankommen. Er muss erst mal... Wow, was ist denn hier los? Wann nimmst du denn Herrn Andesme, du Dummkopf? Der kommt besser noch, Junge. Ich nehme doch keinen 85er mit. Na, du überpayst. Das ist dein Problem. Das gibt eine Zuckerschlecke, mein Freund. Das gibt eine Zuckerschlecke. Oh, Eda, Milita und Moore. Da ist er doch schon. Den haben wir gebraucht. Den Bratan. Jetzt gibt mir noch Miami Yashin. Fast. Ich würde Ferma mitnehmen. Auf Ehre. Ja. Wo sind noch meine Spieler? Wo sind die Ikone? Wo ist da irgendwas? Sterling, da ist doch jetzt auch kaum was. Eine Ikone hast du doch innen, Bobby. Komm, Sterling. Jetzt muss aber hier nur die komplette rechte Seite umgekrempelt werden. Bruder, seid der korrekt, der ist fuck. Ja, warum? Wenn er doch hier ist, ist er doch ganz entspannt, Freunde. Sowas geht doch immer klar. Nach Einladung kann man gerne vorbeikommen. Nach Einladung. Ja, und nicht einfach hier unten vorbeifahren. Ich denke, das will keiner, wenn man daheim ist. Und es klingelt einfach rein. Hockt einfach hin, ne? Was geht ab, Radanz? Und holt sich Getränke und holt sich im Pfeifen und hockt einfach da hin. Ich glaube, das will keiner. Markus, wer sind die beiden Abonnenten? Ist euer Studio in Frankenthal? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber du liegst falsch. Oh scheiße, die 90er Oberarbach, Chemie lang, nett. Chemie ist halt echt grad absolut räudig. Ah, ein paar Spieler kommen hier aber bei dir. Willi und Dejan. Was soll ich mit dem, Digga? Ich hab zu viel, ich bin überpaced. Bist zu steil gegangen, ne? Ich hab zu überpaced, Jungs. Wow, Messi. Pfff, crazy. Ich mach den kompletten Umbruch. Ich geh den kompletten Umbruch weg. Mit Messi. Wow, wow. Ich küsse deinen Nacken. Shit. Ich geh den kompletten Umbruch weg. Ah, fuck. Und jetzt kommen auch noch die Spieler bei ihm. Boah, eh, der Militao. Der Fuchs. Boah, der Skodi noch. Fantex out in Euros, Jungs. Laut Navi in zwei Stunden da. Aber leider noch kein Führerschein. Ja, der geht zu Fuß. Dauert bestimmt auch nicht so lang. Bist du bis am Dienstag im nächsten Stream wieder da. Ja, Bruder, langt nicht, ne? Hast dich leider ein bisschen verspekuliert, würde ich fast sagen. Immer wenn's drauf ankommt, verkacke ich. Aber gib mir noch Zeit. Wie viel Zeit willst du denn noch? Freund, ich muss noch ganz kurz hier den Chat kurz schließen. Hör auf! Ey, ey, was ist denn das? Schreit's net rein! Er soll's net sehen. Petit für Rakitic bringt gar nix. Godin für Fabinho. Er überliest's, Freunde. Er überliest es. Ist es gut? 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 Ist es gut, dass er es überliest. Digga, bist du so dumm oder machst du nur so? Er zieht das aber. Was? Was? Wohin? Ja, er trinkt nix zum Glück. Ihr habt einfach keine Ahnung, Alter. Das ist euer Problem. Ich würd' sagen, du hast an der Karre gefahren, das Projekt. Wow. Ist wieder da, ne? Ja. Komm, ich helf dir. Stell den nach links. Fabinho nach links. Fabinho nach links. Fabinho nach links. Nur nach rechts. Und jetzt, äh, Jordi Alba in die Mitte. Dann hab ich leider verloren. Wow. Ja, du kriegst nen Manager, dann ist der Hase gegessen. Ich muss Kohle machen. Ah, vorbei. Ja, mach's nicht! Ja, aber eigentlich gibt's keinen Handschlag, weil ich dir geholfen hab. Aber auf Ehre. Auf Ehre mach ich Handschläge für den Nachl. Wow. Oh, das sind immer die scheiß Streifschüsse da. Man! Du hasst alles gucken. len Richter pose geht's dir íd ching! Das warst.